Oli, 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 Oli! Oli ist Oli so ganz lieber. Du hast mich überkennen. Oliver Hartmann war ja schon bei der Metal Opera damals dabei. Und ich weiß nicht, ob irgendwelche Leute von euch dieses Album kennen The Metal Opera. Die Ältere von euch. 60, erinnern sich dran. Wir spielen jetzt eine Nummer von diesem Album. Oli war auf diesem Album auch dabei. Er hat bei dieser Nummer nicht mitgesungen. Doch, backing vocals. Lead vocals nicht. Aber wir haben einen Sänger heute nicht dabei. Und deshalb haben wir gesagt, wir sagen es trotzdem nicht ab. Es ist immer so schön hier in Pratteln. Wir spielen das Stück einfach und der Oli hilft mir. Hier ist vom Album The Metal Opera. Also hier wäre es ein publicly mercado. Hey ja! Boo! Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018